So, hallo in einem letzten neuen Video. Heute gibt es etwas Beklopptes und zwar vom Weltengenerator. Es gibt im Singleplayer eine Möglichkeit, Welten zu generieren und dabei customizend einige Dinge einzustellen hier. Und da habe ich einige Presets parat, die würde ich euch gerne mal zeigen. Die sind äußerst interessant. Und das habe ich gefunden über eine Seite, die heißt wildpresets.com. Da gibt es verschiedene Presets, die Leute einreichen, kann man sich angucken. Und ich habe mal ein paar coole rausgesucht. Ich dachte, es wäre ganz interessant zum zeigen, denn es geht richtig krass, was man hier alles machen kann. Es gibt super viele Seiten mit super vielen Einstellungen und ein paar Leute haben es da richtig ausgetobt. Und da ich sowas selten mal gezeigt habe, dachte ich, es wäre heute der richtige Zeitpunkt. Insgesamt habe ich fünf Stück davon an der Zahl und wir fangen auch mal an mit dem ersten. Das werdet ihr wahrscheinlich schon mal im Thumbnail gesehen haben. Das finde ich irgendwann mal richtig, richtig cool. Ihr könnt eine Minecraft-Welt erstellen mit massenhaft Dungeons. Die ist oberflächlich ganz normal hier. Ganz normale Welt. Ich bin nachher gespawnt. Ich habe mir die Welten schon mal erstellt. Aber wenn wir so Richtung Sand gehen, Richtung hier Strand, dann, ihr wisst ja, Dungeons werden ohne Decke generiert, sodass Sand, der sich da drüber findet, gerne mal reinfällt. Sieht man schon, dass das gleiche richtig, richtig voll wird. Und oberflächlich hier sieht es erstmal nach rein gar nichts aus. Okay, leck gerade ein kleines bisschen. Aber wenn ich jetzt mal, jetzt geht es wieder, wenn ich jetzt aber mal nach unten gehe mit dem Spectator-Mode und dann mal in die Erde reingucke, da geht es jetzt gleich richtig ab. Hier sind massenhaft Dungeons. Um die vielleicht besser zu sehen, habe ich eine Idee. Ich kann ja mal eben einen Night-Vision-Potion hier reindrücken und dann sollte ich ein bisschen mehr sehen auch. So, dass man runter geht. Ui! Hier geht es ja jetzt richtig ab. Tonnenweise Dungeons of Doom. Und zwar so ziemlich in jeder Ebene, in jeder Ecke. Und die sind alle miteinander verknüpft. Das ist praktisch eine Höhle, die nur aus Dungeons besteht, wo tausende Kisten drin sind. Gut, ich kann hier reingucken, weil ich jetzt gerade im Spectator-Mode bin. Aber ich kann auch mal so gerne hier in Kisten abchecken. Jetzt wollen auch die Mobs, wenn ich mich in Grey, äh, in Game-Mode ändere. Nö. Eine, was ist das mit, ein Dungeon? Das ist übrigens ein Einzel-Dungeon, glaube ich. Oder? Ne, ist kein Einzel-Dungeon. Aber hier eine Doppelkiste erstmal generiert. Das ist etwas übertrieben. Und das ist nächste Etage, nächste Etage, nächste Etage, nächste Etage. Gut, bis hier unten halt zum Grundlevel. Wir sind jetzt gerade hier auf Höhe 13, tiefer geht's dann nicht mehr. Weil das, glaube ich, die Mindesthöhe ist, wo Dungeons generiert werden können. Aber ansonsten ist der Dungeon-Count ver-30-Millionen-Facht. Ich mach mal kurz Peaceful. Müssen die Mobs auch verschwinden wieder. Holy Shit. Äh, ja. Wer das gerne mal austesten möchte oder mehr spielen möchte, Link dazu in der Videobeschreibung. Ich werde sämtliche Presets, die ich euch heute zeige, dort verlinken. Und dann gehen wir auch schon weiter zur nächsten Welt. Die nächste Welt habe ich mir herausgesucht. Und das ist die Skyworlds-Welt. Die sieht so aus. Und ich bin zufällig auch in einem Podsoldio umgelandet. Wie heißt das genauer gesagt? Tiger Hills. Aber hier ist noch ein bisschen was übertrieben geworden. Wir sind gerade auf der Höhe 108. Und man spawnt teilweise auch ein bisschen tief unten. Und, äh, hier ist eine Ravine noch zwischendrin. Und wer auf totales Chaos steht, der wird diese Map mögen. Aber keine Sorge, es gibt noch ein paar chaotischere Maps. Ähm, ich fand die irgendwie cool. Die sah richtig geil aus. Wenn ich mal ganz kurz hier in Spectator-Mod gehe. Gut, unterirdisch. Haben wir jetzt hier noch so eine kleine Stelle oder so. So kleine Höhlen. Die gehen bis ganz runter. Und, äh, wir sind jetzt einfach mal... So, wir hängen hier sogar, glaube ich, fest. So ein kleines bisschen. Zwischen Spinnen-Creepern auf der niedrigsten Höhe. Wir sind in Höhe 6. Hier ist schon Badrock. Also Badrock guckt auch so ein kleines bisschen raus. Das sieht extrem krass aus. Und das geht jetzt ein bisschen nach oben. Auf verschiedenen Ebenen hin und her. Erz werden teilweise auch weiter oben generiert. Kann mir mal hochfliegen. Und sieht lauter schwebende Insel. Besonders hier finde ich das ziemlich krass. Ähm, ja. Kann man mal so ein bisschen rumfliegen. Gut, man kann hier, glaube ich, nicht so big im Survival-Mount spielen. Weil man... Jawohl, kann man doch. Aber man muss sich halt ziemlich viel durch die Gegend bauen. Ähm, das war jetzt auch nur das Tiger-Hills-Bio. So, es gibt natürlich noch die anderen Biome. Ganz normal. Die Biom-Verteilung ist ganz normal. Wie in der normalen Welten auch. Ich fand nur das hier ziemlich krass. Da bin ich auch dringend gespawnt, dass ich mir die Welt generiert habe. Ansonsten kann man runtergehen. Hier gibt es verstärkt Lavaseen. Weil die, ähm, Höhle ja hier in der Höhe von der Badrock-Ebene ist. Und da gibt es auch natürliche Lavaseen. Die gibt es nichtsdestotrotz auch. Nur die Erde wurde komplett entfernt. Und man... Also, was ist die Erde? Das Gestein wurde komplett entfernt. Und man ist hier teilweise auf dem Grundgestein. Auf einer richtig tiefen Ebene. Das heißt, wir können Slime spawnen. Und hier sind auch Mineshafts, die einfach mal quer so random aus der Wand rausgucken. Hier vorne ist noch einer. Einfach so random mal aus der Wand rausguckt. Das heißt, die ganzen Strukturen müssen auch in Luft generiert werden. Vielleicht findet ihr auch Dungeons in der Luft. Bei der Mineshaft hier unten. Das ist klar. Seht ihr. Aber Kürbisse auf Badrock-Ebene. Warum nicht? Fand ich jedenfalls cool und interessant zum Zeigen. Dann, das nächste Preset auf meiner Liste ist das Far Lands Preset. Wer das noch kennt, gehört zum alten Eisen. Far Lands. Das wurde früher ein Gebiet genannt, welches sich am Rande der Minecraft-Welt befindet. Denn früher war die Welt auch noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, bei 12,7 Millionen Blöcken oder so war das irgendwo so in dem Bereich. Weiß nicht mehr ganz so genau. Aber da sah die Welt etwas zerstört aus. Also in der Beta-Version noch sozusagen. Und da sah die Welt noch etwas so aus. Irgendwo war dann halt die Grenze. So einmal durchgeschnitten. Zip. Und man hatte so eine Welt, die bis zur maximalen Bauhöhe hochging. Das wäre hier. Geht bis komplett nach unten. Hier beim Spectator-Mount nach unten. Und ist komplett corrupted. Also komplett zerstört. Komplett rips. Sieht etwa so aus, wie das hier ist. Und mit diesem World Preset kann man sich das wiederholen. Einfach so einen guten Nachteil, dass die ganze Welt ist so. Nicht nur wirklich das Weltende oder die Far Lands, sondern dass die ganze Welt ist hier einfach mal so. Und da gibt es ziemlich krasse Konstruktionen. Hier unten ist gerade mal die Wolkenhöhe. Erze spawnen ziemlich weit oben. Auch Diamanten aber noch ganz oben gesehen. Erzversorgung war komplett zerstört. Hier hat man eine recht große Hülle gerade mal. Und es ist irgendwie so ein Stil in einer gewissen Laufrichtung. Also sie ist so verzerrt. Wie als ob du eine Minecraft-Welt nehmen würdest, die komplett hoch ist. Und wie so ein Gummiband auseinanderziehst. Und ihr seht ja auch gerade die Richtung, in welcher das geht. Nämlich, warte, komm hier. 3 plus N da. Nämlich die Richtung und die Richtung. Wie die Welt so auseinandergezogen und gezerrt. Da sieht man diesen Streifen, die hier so entstehen. Manchmal so kleine Löcher dazwischen. Wir sollten einfach etwas zerrippen. Und die ganze Welt ist wirklich komplett zerrippt. Ich kann so ein bisschen nochmal durchfliegen. Ja. Super viele Höhlen, Schächte. Was weiß ich nicht alles. Und wenn ich nochmal oben fließe. Vielleicht so ein bisschen wie so eine Art Gewebe. Wo A dann dazwischen sind. Die so von A nach B durchfließen. Egal. Oben alles super flat. Und erinnert wirklich ganz stark an die lieben Farlands. Und ja. Ich dachte, ich zeige es euch mal. Und wir gehen weiter zum nächsten Preset. Und das hier ist ein kleines Insel-Archipel. Okay. Was heißt klein? Die Inseln sind recht klein. Ich habe auch Zufall, dass hier gerade ein Mushroom bei ihm war. Aber da würde ich auch gerne mal ein kleines bisschen rumfliegen und zeigen. Die Inseln sind so aufgebaut, dass sie irgendwie spektakulär aussehen. Das hat der World General komplett alleine gemacht. Gar nicht auf dem Boden hier. Sondern einfach schwebend. So eine Art Kugel. Ja genau. Es gibt solche Torbögen oder generell Felsbögen manchmal. Das ist auch sehr krass. Berührt mit einem kleinen Fitzelchen das Wasser. Hat ein bisschen was Magisches an sich. So ein Magnet war. Sondern das schwebt. Und irgendwo. Ich bin ein bisschen lang geflogen. Habe ein bisschen erkundet. Fand es ganz nice. Also so eine Art Wasserwelt. Ich habe ja mal diesen Command gezeigt. Wo man Kriegsschiffe und was ich hatte. Und diese könnte man hier super gut benutzen. Weil einfach alles größtenteils mit Wasser verknüpft ist. Man könnte sich zwei Basen machen. Sicher ging es nicht bekloppen. Ich habe gerade wieder Vorführeffekt. Ja hier vielleicht so ein bisschen. Also es ist eine hohe Steilküssen an dem Ufer. Und manchmal auch. Oder öfters mal auch was schwebendes. Oh hier ist sogar ein Skelett. Das ist so ein Knochenskelett. Was es seit dem neuesten in den Minecraft Versionen drin gibt. Und da war zufällig gerade eins zu sehen. Dungeons und alles. Ja gut. Dörfer generiert. Alles komplett. Lol. Mittendrin noch eine Festung. Hier sowas meine ich auch wieder schwebend. Manchmal so einen schönen Torbogen oder so. Einfach so eine Felsküste mit so einem Bogen. Wo du im Schiff durchfahren könntest. Das war richtig nice. Aber im Wesentlichen so eine kleine Art Wasserwelt. Vielleicht kann ich mal was mit anfangen. Ist mir nur gerade so eingefallen. Und ich dachte ich habe es nochmal mit reingenommen. Mein kleines aber feines Sortiment. Oh lol. Mittendrin nochmal ein Wassertempel. Und hier ist auch nochmal ein Knochengerüst. Einfach so mitten im Meer. Holy shit. Und hier mitten im Meer noch. Ja. Also wenn man mit dem World Generator rumspielt. Kann man viele komische Sachen rausbekommen. Weiter geht's. Dann als letztes auf der Liste habe ich noch etwas ziemlich beeindruckendes. Und zwar eine Waterworld. Eine Wasserwelt. Und hiermit sind wir auf der maximalen Bauhöhe. Ganz oben. 255 Blöcke. Und die ganze Welt besteht aus Wasser. Ich habe mir gerade mal Night Vision noch gegeben. Und Water Breathing. Sodass ich hier ein bisschen gucken kann. Und ja. Sieht äußerst extrem aus. Klar. Das Wasser ist oben zugefroren. Wenn wir zufällig in einem Eisbioen gerade sind. Dörfer und Dungeons, die generiert werden hier, sind abgeschnitten. Weil es halt maximale Höhe ist. Gibt es nicht mehr. Aber Villager können nachher umrennen. In Babyhazard ist auch nachher oben gefunden. Irgendwie ist da wohl hier gespawnt auf Erde und so. Na gut. Noll. Das andere einer. Die sind so ein kleines bisschen eingesackt. Die sind ultra winzig gerade gefühlt. Egal. Unterirdisch. Ihr könnt auch mal sehen, wie Dörfer generell dann generiert werden. Die sind bis zum Boden komplett gefüllt. Ja. Läuft. Könnte ich unter Wasser gehen. Oder was. Oder? Na ja. Vielleicht gar nicht mal bis zum Boden. Bis zum nächsten festen Boden sozusagen. Okay. Und hier. Das ist jetzt die Waterworld. Mit so ein paar Spikes, die nach oben reichen. Das sieht auch ein bisschen krass aus. So unten geht es bis zum Bedrock. Bedrock kriegt teilweise frei. Das ist so die Tiefsee. Also wer ein U-Boot-Mod. Äh. U-Boot. U-Boot-Mod oder irgendwie sowas hat. Und vielleicht mal einfach eine Wasserwelt braucht. Kann sich ja diese schnappen. Muss mal aufpassen, dass man irgend so dagegen fährt in seinem U-Bötchen. Und muss vor Schiffen aufpassen. Die können wir halt auch oben platzieren. Das ist echt eine richtig nice Welt. Und richtig tief. 250 Blöcke Wasser. Also sogar die Wolken sind unter Wasser. Muss mal gucken, ob man den Optionen vielleicht irgendwie ausstellen kann. Clouds. Stehen einfach mal auf off und jetzt ist es weg. Und jetzt sieht es auch wesentlich besser aus. Und holy macaroni. Ja. Jedenfalls so im Stil ist das. Und manchmal guckt oben auch ein kleines bisschen was raus. Und dann haben wir eine riesige Wasserwelt. Ja nice. So. Das wäre es dann gewesen von den fünf Presets für heute. Was ist euer Lieblingsfavorit? Meiner ist der erste. Ich mag irgendwie die Dungeons. Keine Ahnung. Kann man viele Schätze erbeuten. So. Jetzt kommt gleich nochmal ein kleiner Spezialabspann. Mit ein paar interessanten vorgeschlagenen Videos. Schaut da mal vorbei. Und bis zum nächsten Video.